Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Wir sind am Schrottplatz und mit am Start ist der Sergeant Möller. Moinsens. Vielleicht sollen wir doch dazu sagen, dass wir wieder online zocken. Ja. Und ich mach gerade einen Haken. Einen Haken. Einen Haken am Ausgang. Der dir ja, ich glaube vor ein paar Parts, zum Verhängnis wurde. Und wenn dann Generator in Nähe ist bei dem Haken, den nicht machen. Warum? Weil dann kann man da ohne Probleme und ohne Angst den Generator machen. Ohne, dass man gehakt wird. Ich will auch den Generator machen. Ich geh doch jetzt einfach dran vorbei. Ihr seht das, mein Gott. Wahrscheinlich ist das der Fallmann wieder. Ich weiß es nicht. Ich hab ein bisschen auch noch nicht gehört, noch nicht gesehen. Ja, er ist der Fallmann. Oh, er guckt sogar unter Schränke. Also das heißt, versteckt dich beim Generator nicht unter Schränke. Und er stellt eine Falle auf. Das habe ich, glaube ich, nie. Das habe ich noch nie gemacht. Also so online-mäßig. Ich schon. Aber danke, dass du sagst. Das sind immer Teamplay, Freunde. So, und er hat jetzt hier einen Haken gesetzt. Einen Haken, sag ich schon, eine Falle. Wo ist die Falle? Wo sind die Falle? Oh, wir sind hier zu dritt. Sehr schön. Oh, die macht einen Haken. Okay. Sieht der Killer eigentlich, wenn ich so eine Falle mache, auch die Falle in der Ferne, wenn ich die fertig habe? Das weiß ich nicht. Weil die macht ja auch mal Leute klipp. Hey. Na, komm schon. Hochkonzentriert immer. Aber das ist, glaube ich, bei dem Spiel normal, dass man da nicht so viel reden kann. So, Generator fertig. Das ist doch super. Ja, brauchen wir nur noch einen Generator. Weil der ist ja auch gleich fertig. Na, so blöd ist der nicht. Der geht nicht direkt zum Generator hin, der gemacht wurde. Weil, ist ja Quatsch. Weil die Leute laufen ja dann weg davon, ne? Okay. Der Generator ist auch fertig. Ja. Weißt du was? Ich gehe jetzt hier an den Ausgang. Und wartest, ne? Naja, ich meine, bis ich jetzt an dem Generator bin, dann finde ich vielleicht den Ausgang wieder nicht mehr. Ich weiß nicht, wie weit die anderen sind. Ja, noch. Ich laufe mit einem hier rum. Die Cat in the Cat ist verletzt. Also die wird ziemlich... Gejagt. Ist aber schon wieder geheilt. Hast du... Hast du? Was? Geheilt? Nö. Geht's zum Ausgang? Ja, bin ich. Haltig bereit. Komm schon. Das dauert ja noch ein bisschen. Ist gerade mal die Hälfte gleich. Hälfte. Weil Viertel. Hilft dir jemand mit raus? Ja. Und mach auf. Mach auf, mach auf, mach auf. Geh doch noch gar nicht. Jetzt aber. Ja, ich mach grad auf. Ich hoffe, ich bin beim richtigen Ausgang. Egal. Egal, was sie macht. Was? Also wo ich bin, der wird auch grad aufgemacht. Den 4.15. Also kann ich rausrennen? Hallo? Ja. Okay. Bin raus. Und der hat einen Fall aufgestellt. Und ich bin auch draußen. GG. Wieder keine 10. Jetzt hab ich wieder die Punkte weg, obwohl ich... Ey. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt hab ich meine ganze Überlebungspunkte weg, weil ich wieder bloß 9. Ich hab doch für 13.000... Was ist das so ne Kacke? 17.000. Hä? 9.000. Ja, ja klar. Sicherlich. Item verdient. Er ist Hilfe-Kasten. Ja, klar. Ja, Onkel. 9.000. Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab einen Haken gemacht. Ich hab einen Generator gemacht. Ich hab eine Falle gemacht. Ach, fuck you. So ein Quatsch. Soll ich noch alles machen, ey? Punkte. K, K, K. Warte, K. Okay. Der hatte nix, so weit ist es soweit. Gut. Cat, 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 hat, äh, Selbstfürsorge. Keine Rückenschauer, Saboteur. Ach, ich hab noch eine Aufnahme an. Mit Stoffen. Leichtgewicht, Wirstand, ja, prime Blüten. Ja, super, komm, ich bin im Menü. Ja, liebe Freunde. Dann, äh, würde ich sagen, war's das. Und wir sehen uns beim nächsten Kill. Ciao, Sam. Willkommen, Freunde, in der Grubenschacht, äh, in dem Grubenschacht, bei Dead by Daylight Online. Mit dabei ist der Geist und der Onkel. Ja, hallöchen. Oh, ich krieg jetzt schon wieder eine Macke mit dem Geist. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Nervt noch aus Stahl. Und die ist schlecht. Aha. Nein. Bei dir oder was? Und der ist echt fix. Und erkannt. Dankeschön. Wie erkannt. Ja, er hat mich gesehen. Und das war's. Ja, der eine steht unten im Keller. Hä? Also von unserem Team. Ja, wo ist ein Hagen, du Freund? Und er bringt mich, glaube ich, in Hälfte. Und gehakt. Kämmt doch. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist weg. Also ich gehe davon aus, dass er weg ist. Ja, wir haben gerade vorbeirennen sehen. Gut, dann waren wir ein paar Meter nach vorne. Und dann... Boah, hat gerade jemand aus. Bist du denn? Ja, hier. Da geht dir aber die Pumpe, Onkel. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung für den Robleseinbruch. War meine. So, jetzt muss ich aber wieder zurück zum Generator, weil der ist fast fertig gewesen. Wenn du mitkommen möchtest, kannst du gerne mitkommen. Der braucht nicht mehr viel. Ja, aber da wurde doch gerade ein Generator gemacht. Ja, aber hier ist ja noch einer. Den ich fast fertig habe. Ich überlege gerade, ob ich... Ach komm, mach diesmal her. Da ist kein Generator, wo du hingehst. Hier. Doch. Hier ist einer. Weiß ich, aber... Der andere ist fast fertig. Ja, aber da ist keiner. Ich habe gerade meine Kartenlesenfähigkeit angeschaltet. Wo du hingehst, ist keiner. Alter, jetzt hat es gerade gerüttelt. Hier war einer. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da, 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 da. Geradeaus hier. Oh, oh, oh. Bleib da, bleib da. Ja, das ist in Turmien, ja. Ja, super, bleib da, bleib da. Da kommst du hier gerannt, ey. Na, klasse. Du machte gerade die ganzen Paletten kaputt, oder? Der Generator ist auch noch nicht geworfen. noch kein bisserl er ist in der Wand Nische doch nicht schon wieder ich Leute gewöhnt euch das doch mal ab um mich zu jagen ja super ja was denn er hat mich er hat mich auch gleich er hat mich gehackt er kämmt aber wenigstens nicht das finde ich gut doch da ist hier noch Achtung jetzt ist er wieder weg jetzt ist er weiter weg jetzt kommt er wieder zurück da macht er auch mal einen großen Kreisel und kommt dann zurück jetzt läuft er wieder weg ich sehe nicht mehr keine Ahnung ich habe ihn gerade gehört ich hole dich da gleich runter auch gleich jetzt sehe ich nichts mehr sag mir bloß der hat dich nein gut aber ich habe dich kannst du mich heilen kommst du her ja wo bist du wo bist du ungefähr ich bin dort wo wir hingerannt sind einfach hinten an der Wand gelaufen und zur Mauer da 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 bist du das komm einfach jetzt ja genau komm grad ne nach rechts und jetzt gleich hacken sport schnell zu den generatoren da wo ist ja gleich in der nähe scheiße das ist ja fertig ja hier vorne sind zwei oder drei die fast fertig sind wo der geist 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 geistert hier rum ich habe keine Ahnung wo wo bist du denn bei dem generator machst du den generator aber nein der generator ist doch kaputt ist doch schon fertig auch hier bist du ach jetzt kommst du auch noch hier her ich glaube es nicht egal 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 mach gut ich krabbel weg egal egal bin ich halt wie er 19 ist ja nicht schlimm ich bin bei dir noch näher bist du da jetzt tot? brauchst du schon am Haken? einmal ja aber ich muss jetzt glaube ich gucken nö ich habe noch viel Zeit ist er da ist er da ist er da ist er nicht da? sag was das weißt du nicht nee aber ich kann dennoch hier rum gucken er ist nicht da also ich sehe den irgendwo so laut so laut so ich erzähle mich jetzt mal komplett zu irgendein generator ist der jetzt ganz tot der typ? weiß ich nicht ich gehe mal von ja aus ja das weg ja das weg ja das weg ich traue mich nicht hast du zwei generator was? hast du zwei ich habe gar keinen aber einen kann zu machen oder? ich habe keinen du hast doch eine Karte du hast doch eine Karte? ja ich habe keinen in der Nähe alter ich will mich verarschen bleibe ich denn hier wieder hängen an der unsichtbaren Mauer mal wieder boah ist das mies alter ist das mies ich hasse diesen Geist wie die Pest er was ist denn hier? ich bleibe mir mal an unsichtbaren Mauern hängen oh ich habe einen Anfänger an Ja, gut. botegeist ich habe ihn gesehen kannst du kannst 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 generator machen der ist hier in den ecken der läuft hier in den ecken rum durch den generator du weißt ja gar nicht wo ich bin doch weiß ich mach 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 der läuft hier am rand lang so jetzt sehen ich weiß nicht mehr wo das ich sehe diesmal mein gott ist so sind es so lange fast hat schneller komm ich ja nicht zu mir onkel macht was machen generator aber ist ja der bringt mich jetzt um ja ich will gewinnen der bringt mich nämlich in den keller wir sind bei dir aber machen in den wohnen generator fast fertig fließen okay ich bin instant down instant okay das sieht mich das sieht mich die hose wird nass ja schauen wir mal zu und ich bin wieder level 18 aber das stört ja nicht ne und alter bleibt doch nicht immer überall hängen du fuhren renn richtung haus da ist meistens die 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 luke schürze da hat er jetzt bis jetzt 19 nein ich bin doch dauernd hier gestorben was ist das 19 hast du gemacht nicht schlecht erspricht ok also dann sehen wir uns beim nächsten kämpfen dosen Vielen Dank.